Jedes Unternehmen mit Mitarbeitern benötigt Software, um diese Mitarbeiter, die Urlaubsansprüche, aber natürlich auch die Gehaltszahlungen zu verwalten. Wir wollen uns heute mal ADP etwas genauer anschauen, einen der führenden Anbieter in diesem Bereich und natürlich die Frage klären, ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder ob man lieber abwarten sollte. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über Automatic Data Processing, ADP ganz kurz, und zwar einem der führenden Anbieter im Bereich Personal Management Software. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube Community. Da habt ihr eben diesmal für ADP abgestimmt und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Unternehmen ich denn in eine der nächsten Umfragen mit aufnehmen soll und stimmt natürlich von Samstags bis Dienstags mit ab, welche Aktie ihr nächsten Freitag mal in der Aktienanalyse etwas genauer betrachtet haben möchtet. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart von ADP. Und der geht durchaus länger zurück, als man vielleicht anfangs vermutet. Das Unternehmen hat nämlich hier die Ursprünge im Jahr 1967. Seitdem ist die Aktie tatsächlich sehr, sehr gut gelaufen, hat einen sehr guten Lauf hier im Prinzip bis zu der Dotcom-Krise. Dann ging es erstmal eine Weile bergab zu und zur Seite und dann nach der Finanzkrise auch wirklich wieder einen starken Verlauf nach oben. Wenn wir uns die letzten zehn Jahre bei der Aktie anschauen, dann sehen wir hier wirklich einen sehr guten und kontinuierlichen Verlauf. Wir gucken uns das später in der Chart-Analyse aber nochmal ein bisschen genauer an. Und hätte man vor zehn Jahren 10.000 Euro investiert, wären daraus heute knapp 30.000 Euro Kursgewinne geworden, Dividenden von um die 4.400 Euro, eine Gesamtrendite von 340 Prozent oder 16 Prozent pro Jahr und damit gar keine schlechte Entwicklung für ein Unternehmen, was vielleicht auch nicht jeder so auf dem Schirm hat. Schauen wir uns mal an, wie sich die Aktie verglichen zu den Indizes entwickelt hat. Und da haben wir hier einmal eben den Technologieindex ETF, das ist XLK. Das ist ein ETF, der aus den S&P 500 Aktien eben nur die Technologieaktien darstellt, zu denen ADP ja irgendwo auch gehört. Und der hätte sich tatsächlich besser entwickelt, 478 Prozent im Vergleich eben zur reinen Kursentwicklung von 386 Prozent, jetzt hier seit Anfang 2013 bis heute bei ADP. Wenn man mal den Industrie-ETF nimmt, XLI, das heißt auch da eher Unternehmen aus dem Industriebereich, da ist ADP durchaus auch so ein bisschen zuzuordnen, so ist es ja nicht. Dann haben wir hier 173 Prozent und der S&P 500 knapp 200 Prozent. Das heißt, wir sehen, ADP ist hier näher an der Entwicklung der Technologieaktien dran. Manchmal war sie sogar stärker, aber jetzt eben zuletzt tatsächlich auch mal etwas schwächer als der Technologie-ETF, aber durchaus besser als der breite Markt. Schauen wir uns mal an, wie sich ADP entwickelt hat im Vergleich zu Wettbewerbern. Und da fällt vor allem Paycom Software auf. Das Unternehmen hat sich deutlich besser entwickelt seit 2013 bis heute, 1700 Prozent fast. Und das eigentlich fast durchgehend seit 2014 war hier eine deutlich stärkere Entwicklung, jetzt in letzter Zeit so ein bisschen nicht mehr. Aber dann haben wir hier ADP mit 386 Prozent, haben wir ja gerade schon gesehen. Workday, ebenfalls ein großer Anbieter in dem Bereich, 336 Prozent. Dann gibt es noch Paychecks, 282 Prozent. Und die ganz großen Unternehmen in dem Bereich Oracle und SAP, 240 oder 71 Prozent, sind natürlich auch im Bereich Personalmanagement-Software mit aktiv, ist aber nicht ihr Hauptgeschäft, sondern ist Teil ihrer Gesamtunternehmenslösung. Und wo sich im Prinzip Oracle und SAP ja eher an die großen internationalen Konzerne hauptsächlich orientieren, sind die anderen Anbieter eher hier so im Bereich kleinere, mittlere Unternehmen aktiv. Das heißt, sie haben sehr, sehr viele Kunden, die teilweise dann eben auch eher national aktiv sind, manche international, aber ein bisschen anders aufgestellt. Dafür aber eben auch ein bisschen dynamischer, als wir das bei den ganz großen, breiter aufgestellten Unternehmen sehen. Was macht ADP denn jetzt eigentlich genau? Naja, es teilt sich auf auf mehrere Geschäftsbereiche, kann man sagen. Und zwar, das eine ist eben dieses HR-Services. Das heißt wirklich so, ja, den Service im Personalmanagement, alles, was so dazugehört. Einfach die Personalstammdaten verwalten, die Informationen, wo soll denn das Gehalt hin überwiesen werden, wann sind die Geburtstage, alles, was man so braucht an Daten. Dann hier das Thema Payroll. Also da geht es tatsächlich eben darum, dass die richtigen Gehälter ausgezahlt werden, die richtigen Steuern berücksichtigt werden, die richtigen Sozialabgaben, dass es auf die richtigen Konten überwiesen wird, dass die richtigen Belege bereitgestellt werden, dass die Informationen eben auch ans Finanzamt fließen. Alles, was damit so zusammenhängt, das gehört dann eben hier zu Payroll. Dann eben auch ein Bereich, der immer wichtiger wird, ist der Talent-Bereich. Das heißt, wie kann ich denn neue Talente finden? Das heißt, da gibt es ja dann meistens irgendwo auf der Website der Unternehmen eine eigene Plattform, bei der ich die Jobangebote einsehen kann und mich direkt über die Webplattform bewerben kann. Auch das bietet hier tatsächlich das Unternehmen ADP an. Das heißt, eingebunden an meine Software kann ich eben neue Stellenausschreibungen hier eintragen, kann dann eben Bewerber, die sich darüber melden, auch verwalten. Das heißt, auch intern gibt es dann Prozesse, welcher Manager, welche Mitarbeiter müssen sich das angucken, macht eine Vorqualifizierung, wie läuft das dann durch diesen Bewerbungsprozess durch, ist die Person vielleicht für andere Jobs noch geeignet oder nicht und dann natürlich die Überführung später in das HR-Services-Modul, wenn das denn soweit ist. Dann gibt es hier einen ganz großen Bereich HR-Outsourcing und PEO. Was ist das jetzt? Da geht es tatsächlich auch um Unternehmen, die so eine Art Arbeitsnehmerverleihung anbieten. Das heißt, das sind im Prinzip so Unternehmen, die haben Mitarbeiter eingestellt und verleihen die an andere Unternehmen im Sinne von einer vorübergehenden Verwendung im Bereich Produktion, Logistik. Da ist das tatsächlich sehr häufig der Fall, um irgendwelche Auftragsspitzen abzudecken. Das heißt, das sind Unternehmen, die müssen natürlich ihre Mitarbeiter verwalten, die sind bei ihnen angestellt, aber die arbeiten nicht bei ihnen, sondern die arbeiten in anderen Firmen und das muss natürlich ebenfalls verwaltet werden und da müssen Informationen auch fließen über die Einsatzplanung, dass da die rechtlichen Rahmenbedingungen auch eingehalten werden können und so weiter. Da ist tatsächlich hier das Unternehmen ADP auch recht stark vertreten. Dann das ganze Thema Time Management, also eben auch, wann wurde gearbeitet, von wann bis wann wurden die Arbeitszeiten eingehalten, wie sieht es mit Urlauben aus, all das drumherum und natürlich noch irgendwelche Benefits, also wenn es zum Beispiel irgendwelche besonderen Versicherungen gibt oder Mitarbeiterboni oder sonstige Dinge, auch das muss ja irgendwie verwaltet werden. Also im Prinzip alles, was um das Thema Personalmanagement, Bewerbermanagement, Auszahlung und so weiter zusammenhängt, all das bietet eben ADP im Wesentlichen an. Für wen machen sie das? Ich hatte es gerade schon gesagt, sie fokussieren sich, anders jetzt als die großen Anbieter, wie jetzt zum Beispiel SAP und Oracle, eher auf kleinere und mittlere Unternehmen. Das heißt, Small Businesses, kleine Unternehmen machen 16 Prozent aus, aber auch ganz große Kunden, also Major Accounts 16 Prozent, das sind wirklich ihre großen, großen Kunden. Aber wenn man mal die kleineren, mittleren Unternehmen, also National Accounts, gibt noch ein paar internationale, also wo international aktiv sind, zusammenzählt und dann eben diese PEO, das heißt diese PEO, das sind eben Unternehmen, die Mitarbeiter verleihen. Das ist tatsächlich der größte Bereich und das, womit ADP tatsächlich mit am stärksten geworden ist, mit am stärksten gewachsen ist und das macht eben hier mit 4,8 Milliarden vom Umsatz 2021 auch den größten Anteil aus von 32 Prozent. Wenn wir jetzt mal schauen, was bietet da ADP genau alles an? Naja, für kleine Unternehmen zum Beispiel einfach hier so eine Webplattform, auf der man im Prinzip alles abwickeln kann, auch über zum Beispiel einen Chat oder eben über die App, die sie anbieten. Dann gibt es eben hier auch eigene Lösungen für mittlere Unternehmen, die einfach ein bisschen größer sind, die nochmal eigene Anforderungen haben. Und dann für internationale Unternehmen wird es natürlich noch ein bisschen komplexer, da sind natürlich noch mal ein bisschen komplexere Anforderungen mit dabei. Auch dafür gibt es eigene Lösungen auch für dann das globale Zahlungswesen von Gehältern. Das Ganze natürlich auch über eine Cloud verbunden. Dann gibt es hier auch noch zum Beispiel Kreditkarten, mit denen man zahlen kann. Also auch da gerade in Amerika eben ein bisschen flexibler, was die Möglichkeiten angeht. Es gibt auch ein Marketplace, in dem ich verschiedene andere Lösungen anbieten kann. Also alles rund um das Personalmanagement werden auch eben dann für die verschiedenen Kundengruppen verschiedene Lösungen mit angeboten. ADP ist da aber nicht der einzige Anbieter am Markt, wenn auch einer der größten, muss man sagen. Zweitgrößte Anbieter oder mit einer der zweitgrößten Anbieter kommen dann hier Paycom und Workday. Ebenfalls eben ein großes Unternehmen hier in diesem Bereich. Dann haben wir hier Paylocity, SAP, Intuit, auch die bieten in dem Bereich etwas an. Dann Seridian, UKG, Wismar, Paychex, auch die, über die haben wir gesprochen. Und dann ist es natürlich auch noch ein sehr fragmentierter Markt mit sehr, sehr vielen kleinen anderen Anbietern, die ebenfalls in dem Bereich aktiv sind. Ich selbst kenne Unternehmen, die arbeiten zum Beispiel auch hier in Deutschland mit Workday. Ich selbst habe eine Software, die in den anderen Bereich fällt, die wiederum mit der Buchhaltung zum Beispiel zusammenhängt. Das heißt, jedes Land hat da tatsächlich auch ein bisschen eigene Schwerpunkte und auch ein bisschen eigene Anbieter, die da aktiv sind. Aber es gibt eben sehr, sehr viele kleine Anbieter auch, die spezielle Nischenlösungen anbieten für spezielle Branchen oder eben in verschiedenen Kooperationen oder Kombinationen Dinge anbieten. Intuit zum Beispiel ja auch sehr stark hier im Bereich der Buchhaltungslösungen. Da bietet sich das natürlich dann eben auch an, so einfache Personalmanagementlösungen anzubieten im Sinne von Urlaub und Auszahlung. Aber diese komplexeren Dinge, wie dann eben auch Zeitmanagement oder eben auch, wenn internationale Dinge gezahlt werden müssen oder eben auch Bewerbermanagement, dafür braucht man dann vielleicht wieder eigene Lösungen. Und das bietet ADP eben hier in Kombination an, so wie auch die anderen großen Anbieter. Der Markt wächst mit ungefähr 5 bis 6 Prozent pro Jahr und er ist auch groß mit 150 Milliarden, zumindest nach eigenen Aussagen von ADP. Man sieht schon am Marktwachstum an sich, 5 bis 6 Prozent, das kann nicht das Wachstum sein, womit ADP in den letzten Jahren so stark gewachsen ist. Das heißt, man muss tatsächlich auch von anderen Anbietern Marktwachstum mit abgreifen. Entweder indem man von anderen Anbietern eben Kunden abwirbt, was schwierig ist, denn wenn man einmal tatsächlich mit so einer Software in einem Konzern drin ist oder in einem Unternehmen drin ist, ist es nicht so leicht, alles zu ändern. Denn das müssen ja alle Personalmanagementdaten eingetragen werden. Das sind sehr sensible Informationen. Es ist ein großer Aufwand und das zu übertragen in ein anderes System ist sehr fehleinfällig. Da muss man aufpassen, dass alles passiert, dass alle Regelungen eingehalten werden. Da muss ein nahtloser Übergang passieren und da muss schon viel passieren, dass ein Unternehmen, das sich einmal für so eine Software entschieden hat, wirklich wechselt. Das heißt, man hat da meistens Verträge, die sehr, sehr lange laufen oder es ist eben ein Wechsel, den man nicht so sonderlich schnell macht. Dementsprechend, man hat da zwar ein sehr stabiles und gutes Wachstum mit 5 bis 6 Prozent, aber das Wachstum, was die Aktie jetzt hingelegt hat und auch das Unternehmen die letzten Jahre, das kann nicht alleine nur über das Marktwachstum passieren, sondern indem man eben auch kleinere Anbieter zum Beispiel mit übernimmt oder eben von anderen Anbietern Kunden tatsächlich dazu gewinnt über bessere Lösungen. Ja, das ist auch das, was tatsächlich mit ADP ein wesentliches Thema ist. Das heißt, dieser Arbeitsmarkt, der wandelt sich ständig und dann braucht man natürlich auch eine Software, die entsprechend sich eben mitwandelt und diese neuen Umgebungen mit anbieten kann. Egal, ob das jetzt online ist, über Cloud-Lösungen, dass man eben keine lokale Software mehr hat, dass man international die Möglichkeit hat, die Dinge abzurechnen, dass man eben auch für die Mitarbeiter flexible Lösungen hat, dass zum Beispiel der Mitarbeiter einen eigenen Online-Zugang hat, in dem man alle Dinge einsehen kann, vielleicht sogar ein paar einfache Dinge abändern kann, ohne jedes Mal eben die Personalabteilung zu belästigen damit. Also solche Dinge, auch Daten abzurufen. Und da muss man natürlich aber eben auch auf stetig wandelnde steuerliche Dinge eingehen. Man muss eben auch immer up-to-date bleiben, was eben auch legale, also rechtliche Dinge angeht. Und da kann natürlich da ADP mit modernen Lösungen, mit internationalen Lösungen auch weiteres Wachstum generieren oder eben andere Anbieter vom Markt verdrängen, die eben da nicht so dynamisch mit dabei sein können. Gefühlt wird das Unternehmen übrigens von Maria Black. Sie ist seit erst diesem Jahres, also Januar 2023, CEO des Unternehmens. Und deswegen kann man jetzt noch nicht so sonderlich viel sagen über die Entwicklung seit ihrer Übernahme. Aber das wird man erst in den nächsten Jahren beurteilen können. Aber ihre Vorgänger auf jeden Fall haben bisher einen guten Job gemacht. Aber das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Wenn wir uns die Eigentümerstruktur ansehen, dann sehen wir nichts allzu Überraschendes. Wir sehen hier die Vanguard Group 9,5 Prozent, BlackRock 5,3 Prozent, State Street 4,4 Prozent. Das heißt, wir sehen mal wieder die Top-ETF-Anbieter. Das sind auch die mitgrößten Eigentümer und Unternehmen. Dann kommen so die typischen Fonds, Hedgefonds und so weiter und so fort. Und bei den strategischen Aktionären sehen wir eigentlich nur Management hier mit 0,03 Prozent maximal aktiv. Also insofern kein großer Anker-Investor im eigentlichen Sinne, kein großer strategischer Investor. Das sehen wir nicht. Gehen wir mal in den Aktienfinder und schauen uns die Umsatz- und Gewinnentwicklung an. Hier sehen wir erstmal Umsatz und Margen. Umsatz wird gemacht von um die 18 Milliarden. Wir haben hier eine Bruttomarge von 48 Prozent. Operativ 25, Nettomarge knapp 19 Prozent. Die Margen sind auch stabil, jetzt zuletzt sogar eher leicht steigend. Der Umsatz legt langfristig auch tendenziell zu. Ja, es gibt mal einzelne Jahre, wo es einen Rückgang gibt. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, schafft ADP langfristig sich tendenziell eher zu steigern. Der Umsatz kommt im Wesentlichen eben aus diesem Bereich Employer Services. Das heißt, alles, was sozusagen um die Mitarbeiterbetreuung drum herum geht. Tatsächlich ist es so, dass ADP lediglich aufteilt auf der einen Seite eben hier in normale Kunden. Die machen im Prinzip rund 67 Prozent aus. Und dann haben wir ja gerade schon gesehen, 33 Prozent ungefähr. Das kommt eben aus diesen Leiharbeitfirmen, die andere Mitarbeiter, also die sie selbst angestellt haben, eben verleihen an andere Firmen. So wird das hier aufgeteilt. Der Großteil der Umsätze, der kommt aus Amerika, rund 89 Prozent. Dann Europa mit 7,3 Prozent. Kanada mit 2,4 Prozent. Das heißt, wirklich absolut wesentlichster Markt, das ist Amerika. Man versucht sich eben auch in Europa ein bisschen zu steigern. Einfach auch, indem man mit Unternehmen, die nach Europa expandieren, mitgehen möchte. Oder indem man internationale Kunden hat. Natürlich auch in anderen Ländern aktiv sind. Meistens wahrscheinlich aber eher Kanada, Mexiko als die größten Handelspartner Amerikas. Aber natürlich auch Amerika, Europa da relativ interessant. Aber noch relativ wenig hierzulande vertreten. Gehen wir mal in die Gewinnentwicklung des Unternehmens. Dann sehen wir hier auch sehr schöne Gewinnentwicklungen. Die letzten Jahre sogar noch mal ein bisschen beschleunigt. Wir sehen auch, dass die Dividende tatsächlich sehr konsequent und kontinuierlich gesteigert wird. Da ist auch durchaus noch Luft für weitere Steigerungen. Also bisher wirklich eine sehr, sehr kontinuierliche Entwicklung, sowohl bei Gewinn als auch bei Dividende. Wenn wir in den Gewinnfluss hineinschauen, dann sehen wir, dass die Material- und Lohnkosten um 5 Prozent gestiegen sind zuletzt. Auch das mit der Inflation zusammenhängt nicht übertrieben hoch, sondern eher ein bisschen unterdurchschnittlich. Aber im Rahmen dessen, was man erwarten würde. Also auch da scheinbar ein ganz gutes Kostenmanagement. Gar nicht viel mehr, was man dazu sagen muss. Wenn wir in die Bilanz hineinschauen, dann sehen wir eine sehr, sehr geringe Verschuldung. Zumindest mal die zu verzinsenden Schulden sind sehr gering. Es gibt noch zinsfreie Schulden, die ein bisschen höher sind. Das hängt tatsächlich auch mit diesen Zahlungslösungen zusammen, die ADP hier mit anbietet. Dadurch hat man natürlich immer gewisse Kundengelder, die man auch verwaltet, beziehungsweise eben auch über diese Anbietungen, die man da hat, ein bisschen Kapital, was man hier mitverwaltet. Ansonsten muss man aber sagen, die zu verzinsenden Schulden minimalst. Wir haben hier auch einen relativ hohen Anteil an Treasury-Stocks, das heißt zurückgekauften Aktien, die dann eben herausgegeben werden können für Mitarbeiter, aber eben auch an Aktionäre theoretisch, die aber auch einfach vernichtet werden können, die aber jetzt in der Bilanz sind und teilweise eben auch als Währung bei Übernahmen zum Beispiel benutzt werden können. Die Anzahl ausstehender Aktien geht dementsprechend zurück, das heißt zurückgekaufte Aktien werden zum Teil eben auch in die Bilanz gelegt. Als bestehender Aktionär kann man sich aber darüber freuen, dass der eigene Anteil am Unternehmen immer größer wird, weil das Unternehmen für einen eben die Anzahl ausstehender Aktien reduziert. Gehen wir mal in die ersten Kennzahlen hinein und schauen hier mal das KGV an. Das liegt sowohl bilanziert als auch bereinigt ungefähr bei 29 bis 30. Das ist damit auch über dem Schnitt der letzten zehn Jahre etwas. Der Schnitt liegt ungefähr bei 27 bis 28. Kursumsatzverhältnis ist bei 5,7. Historisch war es eher bei 4,3. Also wir sehen etwas erhöht das Ganze. Schaut man sich das mal an im Vergleich zu Wettbewerbern, dann sieht man ADP wie gesagt um die 29 bis 30. Paychecks 27, Paycom 50, Oracle 35, SAP 77. Also man muss hier sogar sagen, dass Automatic Data Processing, also ADP mit Paychecks eigentlich hier mit die niedrigsten KGVs hier in diesem Branchenvergleich derzeit hat. Schauen wir mal in die Bilanz und in die Dividendenübersicht des Unternehmens hinein. Dann sehen wir, dass die Dividenden hier schön kontinuierlich gesteigert werden. Im Moment haben wir eben hier eine Dividendenrendite von um die knapp zwei Prozent kann man sagen. Wir sind leicht runter, wir waren vor kurzem noch leicht rüber. In der Spitze war man mal bei 2,7 bis 2,75 in dem Bereich. Manchmal kommt man hier eben auch runter um die 1,75 bis 1,5. Also in dem Bereich schwankt das Ganze, je nachdem wie auch der Aktienkurs aussieht. Sollte die weitere Steigerung sich so fortsetzen, die ist jetzt nicht überdurchschnittlich, aber auch das ist ja ein weiter Blick in die Zukunft bis 2040, wenn wir hier bei der durchschnittlichen Dividendenrendite von um die 2,4 Prozent, 2,5 Prozent. Also durchaus weitere Dividendensteigerungen. Aber die Prognose ist bisher verhalten. Aber wenn man sieht, wie bisher die Dividende gesteigert worden ist und wie viel Luft da noch drin ist, ist da durchaus die Möglichkeit, dass da noch mehr passiert. Gehen wir mal in den Piotrowski-Score. Der ist mit 8 von 9 Punkten sehr grün. Lediglich die sinkende Liquidität wird hier moniert. Wobei wir sind hier bei einem Current Ratio von 0,99 und das vorherige vom Vorjahr war auch 0,99. Also minimale Abkehrungen. Insofern alles vollkommen in Ordnung, auch was wir hier beim Piotrowski-Score sehen. Auch Transparent Share im Levermann-Score zeigt hier eben Punkte, aber eben ein Verkaufsrating minus 1. Das hängt vor allen Dingen an der Eigenkapitalquote, am aktuellen Kursgewinnverhältnis, am Kursgewinnverhältnis der letzten 5 Jahre, an der Kursveränderung im Vergleich zum Index über die letzten 12 Monate und hier am Kursbuchwertverhältnis. Also ADP, zumindest nach Levermann-Score, im Moment eher ein Verkauf. Auf jeden Fall kein Kauf und kein Halten. Dementsprechend nach der Strategie hier ein bisschen anderer Ansatz. Gucken wir uns mal im Aktienfinder die Bewertung an und schauen hier mal auf den Aktienkurs in schwarz. Dann haben wir mit den bunten Linien die fairen Werte. In grün auf Basis des bilanzierten Gewinns, braun gestrichelt auf Basis bereinigten Gewinns, hellbraun auf Basis des Cashflows und grün gestrichelt auf Basis des Umsatzes. Was wir sehen können ist, vor kurzem waren wir tatsächlich noch auf oder etwas unter den fairen Werten. Im Moment sind wir eher etwas über den fairen Werten. Also wir haben hier einen Sprung nach oben gemacht, etwas über die fairen Werte. Die sollen aber noch innerhalb der nächsten 12 Monate erreicht werden tatsächlich. Und dann könnte sich hier ein potenzielles weiteres Potenzial ergeben von 28% bis Mitte 2026 oder eben bis 9% pro Jahr in diesem Zeitraum. Also weniger als die letzten Jahre, aber durchaus ein interessantes mögliches Wachstum, wenn die Analysten soweit richtig liegen mit ihren Prognosen. Und da muss man natürlich immer ein bisschen sowohl nach oben als auch nach unten vorsichtig sein vom Grundsatz her. Aber wir sehen hier einen sehr schönen Verlauf. Wir sehen, dass wir hier im Moment nicht extrem übertrieben haben, zumindest was die fairen Werte angeht, aber mit Sicherheit auch nicht mehr in einem ganz günstigen Umfeld sind. Schauen wir uns mal den Chart an und machen eine Chartanalyse, um dann besser einzuschätzen zu können, ob es jetzt attraktiv ist einzusteigen. Und dann sehen wir hier den langfristigen Chart von ADP. Und was durchaus direkt auffällt, ist, dass wir hier wirklich von 1974 bis heute so eine Trendlinie anlegen können. Es gab mal Zeiten, da war die Aktie durchaus stärker. Dann eben hier über die Dotcom-Krise und die Finanzkrise ging es mehrere Jahre tatsächlich zur Seite. Eigentlich über zehn Jahre ging es dann für die Aktie nur zur Seite, nachdem sie vorher sehr, sehr stark gelaufen ist. Seitdem orientiert sie sich immer wieder an der Linie. Auch hier zu Corona ging es tatsächlich nur auf diese Linie bergab. Und jetzt haben wir uns davon eben wieder ein bisschen abgehoben. Was man natürlich auch sehen kann mit dem etwas anderen Blick, ist, dass wir hier im Prinzip auf der Oberseite so eine gewisse Abflachung der Wachstumskurve haben. Deswegen ist durchaus die Frage, wird das Wachstum jetzt nicht hier eher an der Linie orientieren oder werden eben immer die Hochs immer tiefer? Und das Wachstum kann einfach nicht mehr so weiterlaufen wie die letzten zehn Jahre. Wenn wir das Kurswachstum anschauen, haben wir ja gesehen, durchaus eher so 16 Prozent die letzten zehn Jahre. Jetzt der Prognose für die nächsten Jahre ist eher bei 9 Prozent. Das würde eher für eine Abflachung sprechen. Aber das kann man jetzt noch nicht sehen. Das sollte man einfach nur im Bild haben und einfach auch mal beobachten, wie es jetzt hier weitergeht. Schauen wir uns das Ganze mal seit der Finanzkrise an, weil das ist so der letzte langfristige Trend, den wir haben. Und da haben wir auch wirklich einen sehr, sehr schönen Trendkanal, in dem die Aktie verläuft. Manchmal ist sie oben, manchmal ist sie unten. Hier bei Corona ist sie wirklich nur eine Woche kurz unten rausgefallen. Dann war sie sofort wieder drin und hat sich danach auch weiter an diesem Trendkanal orientiert. Zuletzt war sie eben hier oben, ist ein bisschen zur Seite gelaufen. Wir waren in der unteren Hälfte des Trendkanals. Jetzt sind wir eher so ein bisschen wieder im oberen Bereich, aber durchaus mittig, sodass man sagen kann, das kann durchaus hier noch eine Weile so in diesem Trendkanal grundsätzlich mal weiterlaufen. Könnte aber auch hier noch ein bisschen mit Luft zur Seite laufen. Also nicht unbedingt aus Trendkanalsicht die allerbeste Einstiegssituation, aber auch nicht so, dass man sagt, das ginge gar nicht und ist komplett überbewertet. Zumindest mal auf der Basis. Schauen wir uns das mal ein bisschen exakter an und gucken uns mal die aktuelle Situation an. Dann sehen wir im Prinzip, dass gerade die letzten, naja, ein Jahr kann man eigentlich sagen, sogar schon mittlerweile fast zwei Jahre das Ganze eher so ein bisschen zur Seite läuft. Hier so seit August, September 2021 haben wir hier im Großen und Ganzen eigentlich so eine Seitwärtsbewegung bis vor kurzem gehabt. Jetzt sind wir wieder hier oben ran. Die Tendenz geht leicht nach oben. Wir haben auch vor allem tatsächlich hier zuletzt so einen Ausbruch gehabt. Das heißt, wir hatten hier Abwärtstrends, die jetzt wieder nach oben überschritten worden sind. Das hatten wir aber auch hier und hier. Also wir haben im Großen und Ganzen eigentlich im Moment mal noch eine Seitwärtsbewegung. Und es ist durchaus möglich, dass wir jetzt an diesen Allzeithochs hier erstmal abprallen, nochmal nach unten laufen. Und dann ergebe sich da vielleicht durchaus nochmal eine interessante Einstiegsmöglichkeit, falls man in die Aktie reinkommen möchte. Ich persönlich bin in ADP nicht investiert, nicht weil es ein schlechtes Unternehmen ist, sondern einfach, weil ich in dem Softwarebereich schon in andere Unternehmen investiert bin und ja nicht allzu viele Werte haben möchte, sondern eben konzentrierteres Portfolio und bin da im Moment eher so bei, ja, 27 Werten. Deswegen über die 30 möchte ich persönlich da auch nicht hinausgehen. ADP ist aber durchaus ein interessanter Wert, den man sich genauer anschauen kann, wenn man das möchte. Und falls du dir nicht sicher bist, ob ADP in dein Depot passt oder eben zu deiner Strategie und zu deinen zukünftigen Zielen, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns mal deine Situation an, klären, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon weitergeholfen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal, falls es noch nicht geschehen und schreib natürlich in die Kommentare, welche Aktien oder Börsenthemen dich in Zukunft noch interessieren würden. Bis dahin, mach's gut, vielen Dank dir fürs Zuschauen und ciao.